Weil ich Sie als Wähler noch nicht enttäuscht habe. Ich engagiere mich unabhängig und sachbezogen für die Themen, die ich anpacken möchte. Meine Lebenserfahrung und meine beruflichen Qualifikationen und auch die Lebenssituation sind ideal, um Sie im Bundestag für eine pragmatische, vernünftige Politik einzubringen und damit dem Land und allen Bürgern zu dienen. Man sollte mich wählen, weil ich ganz langjährige kommunalpolitische Erfahrung habe und wirklich geerdet bin in unserem Wahlkreis. Weil ich mich für den Nahverkehr einsetze. Ich komme aus der Wirtschaft, ich habe Bauingenieurwesen studiert, war 16 Jahre in der Wirtschaft tätig in einem Softwareunternehmen in München, war Bürgermeister und bin seit vier Jahren im Bundestag. Und ich möchte gerne die Erfahrung, die ich aufs Berufsleben, aber auch als Familienvater mitbringe, als Bürgermeister für unsere Region auch gewinnbringend im Bundestag einbringen und unsere Region gut in Berlin vertreten. Weil ich jemand bin, der anfasst und macht und nicht meckert. Weil ich und meine Partei, die Linke, das einzig wirklich soziale Programm bieten. Ich komme aus der Mitte der Gesellschaft, bin ein Mensch mit Herz und Hirn und würde mich auch in vollem Umsatz genau auf dieser Basis für den Menschen einsetzen. Ich bin jemand, die nicht nur kompetent ist, sondern die auch bereit ist, mutige Entscheidungen zu packen. Das ist eben das, was man ist, wenn man jung ist.